Edgar Wasser, unser bayerischer Künstler der Woche. Schön, dass du da bist. Ah, ich hab das Mikro jetzt bekommen. Let me just put my glasses on first. Auf dem Splash-Festival hast du gespielt am Wochenende. Was ich mir ja, ich war selber noch nie da, wie eine riesengroße Party vorstellt. Wie war das? War das dein größter Auftritt bislang? Das war superschön. Also, weil ich fühle es ja voll, so mit den Leuten zu interagieren und so mit meinen Fans, so mit den Peoples. Richtig schön. Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass die Aufmerksamkeit für deine Musik gewachsen ist, habe ich das Gefühl. Und dass auch deine Aufmerksamkeit innerhalb der Münchner Hip-Hop-Szene gewachsen ist. Ist dir das wichtig eigentlich? Äh, nee. Dass du so ein Teil dieser Szene bist und dass auch immer mehr Leute deine Musik hören? Äh, nee. Heißt, dass du die Musik eher für dich selber machst? Ja, also Musik ist für mich sowas wie Therapie. Auch. Jetzt veröffentlichst du ja trotzdem deine Musik, vor allem im Internet. Regelmäßig lädst du neue Sachen hoch. Willst du irgendwann mal mit deiner Musik Geld verdienen oder ist dir das auch vollkommen egal? Äh, also ich bringe jetzt eine Schmuck-Kollektion raus. Ach, tatsächlich? Auch zum... Also mit der Musik mache ich glaube ich nicht so viel, aber weil die Industrie ist halt am ab, am ab. Man darf keine Schimpfwörter benutzen. Ist jetzt, geht zugrunde. Deswegen Schmuck-Kollektion. Okay, und damit machst du dann ein großes Geschäft auf und die Musik läuft nur noch so nebenbei? Ja, also Musik ist für mich auch sowas wie Therapie. Teilweise. Okay. Jetzt erzähl nochmal für alle Leute, die dich demnächst mal live sehen wollen. Was steht in nächster Zeit an? Wo kann man dich sehen? Wann wird es wieder neue Musik von dir geben? Ich werde, ähm, ich gebe Konzerte. Wann? Wo? Weiß ich nicht. Wo kann man sich informieren? Im Internet. Okay. Edgar Wasser googeln. Ja. Und sonst bringe ich auch, äh, kommt auch ein Album raus. Das heißt, äh, Sarkasmus-Gefahr. Da ist also für jeden was dabei, auch so Lieder, auch so tiefsinnige Sachen und auch ein bisschen persönliche. Es kommt dann raus. Edgar Wasser, unser bayerischer Künstler der Woche. Ihr merkt schon, es ist ganz gut, wenn man mal selber versucht, ein bisschen mehr über ihn rauszufinden. Vielleicht sogar im Internet. Ich danke dir sehr, dass du da warst.